Willkommen zum zweiten Episoden-Recap, beziehungsweise zur Besprechung, zur zweiten Episode von The Walking Dead Staffel 7. Die Episode hieß The Wilder, auf Deutsch, Der Brunnen. Und mit dabei ist wieder der Robin. Und vorab machen wir schon mal so ein kleines Fazit, wie wir die Folge fanden. Ich fand die Folge sehr, sehr cool. Ich fand, das war jetzt wieder so ein Schritt zurück zu Episode 1, also zum Staffelauftakt, wo Negan Glenn und Abraham zermatscht hat. Das wäre alles ziemlich dramatisch, die ganze Episode. Und ich fand, das war jetzt wirklich so ein, ja, man hat so einen Gang zurückgeschaltet. Und wir haben auch eine neue Location kennengelernt, nämlich das Kingdom. Wie fandest du denn so schon mal im Vorabfazit die Episode? Ich fand die auch eigentlich ganz gut. Und ja, hier wurde ein bisschen was von der Story erzählt und halt so ein bisschen die Story zur Staffel, zur restlichen Staffel 7 eingeleitet. Genau. Wie gesagt, zu diesem zweiten Handlungsplatz, der hier eine ganz massive Rolle spielt. Wir haben jetzt ja die drei, also die drei Verbündeten, beziehungsweise die sich wahrscheinlich später verbinden werden. Wir haben einmal das Hilton, wir haben einmal Alexandria und wir haben einmal jetzt das Kingdom. Und da bleibt als Gegenseite halt, bleiben halt die Saviors übrig. Aber dazu kommen wir dann natürlich vom Handlungsaufbau auch noch in späteren Episoden von Staffel 7. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, wir haben zu Beginn der Episode eine Carol gesehen, die halluziniert hat. Die hat sich die ganze Zeit auch so Zombies eingebildet, wie die früher noch, also früher waren das noch Menschen. Und sie hat dann irgendwie, sie war halt ziemlich schwach. Und wie gesagt, man könnte erst meinen, die wäre irgendwie auf Droge gewesen. Das war schon irgendwie ziemlich lustig. Ja, Morgan und die anderen vom Kingdom haben Carol, wie gesagt, erstmal verteidigt und haben halt so ein bisschen die Beißer in der Außenanlage da getötet, beziehungsweise die da halt in der Umgebung waren, haben die halt erstmal, ja, gesäubert. Morgan hat dann die ganze Zeit noch diesen Weg markiert, der die zurück nach Alexandria führt, wenn die später wieder aufbrechen wollen, um zurückzukommen. Die wissen ja noch nicht, was Negan da getan hat, oder? Wissen die das? Ich weiß es gar nicht. Ne, wissen die nicht. Also, eigentlich können die das ja gar nicht wissen. Deswegen werden die wahrscheinlich auch dementsprechend überrascht sein. Denn das letzte Mal, als Morgan mit Rick gesprochen hat, war das ja, als er auch Alexandria verlassen hat. Deswegen können die das noch gar nicht wissen, dass Negan, Glenn halt und Abraham getötet hat. Ja, dann sieht man, wie Carol im Kingdom erwacht. Ja, also das Kingdom, wie findest du das? Also, ich fand, also ich war auf jeden Fall beeindruckt davon, wie groß das doch ist und wie die das so aufgebaut haben mit den ganzen Schulbussen und so. Das sollte ja ursprünglich so eine Anlage, also in den Comics ist das ja an so eine Schule angelehnt, habe ich auch in unserer, also in der Preview schon gesagt. Ähm, ja, also ich fand, es sah ziemlich cool aus. Ich auch. Es war, es erinnert ein bisschen an, äh, Woodbury. Ja, ja, das hab ich mir auch von Anfang an gedacht, irgendwie, da kommen noch irgendwie schon so Parallelen auf. Weil da wirkten auch alle so richtig glücklich und verblendet und niemand hat irgendwas von der Zombie-Apokalypse und so gelabert. Genau, also die leben auch schon wieder in absoluter Sicherheit, ähm, naja, das, äh, ist natürlich wieder das Risiko da. Das hatte Rick auch damals den Leuten in Alexandria gezeigt, äh, beziehungsweise gesagt, die wissen halt nicht mehr, wie man sich dann verteidigt. Wenn sie rausgehen, sind sie hilflos, weil sie wissen, sie haben es sozusagen verlernt. Aber es gibt ja auch natürlich die Kämpfer, die wir, äh, auch im Verlauf der Episode, beziehungsweise jetzt gleich in der Besprechung noch, äh, ja, ansprechen. Ja, und dann wurde, ähm, Carol das Ganze ein bisschen so erklärt von morgen, wo die sich gerade befinden. Und dann wurden die in einen Kinosaal gebracht. Und da saß dann König Ezekiel oder King Ezekiel mit, äh, ja, seiner Tigerin Shiva und, äh, er hieß ja Hofmarschall, dieser Hofnarr. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber der war auch verdammt lustig irgendwie. Ja. Und das Ganze sah wirklich aus wie so, wie wirklich in so einem Theaterstück. Ich meine, allein wie Ezekiel, ich fand das ziemlich cool, wie er schon Carol angefangen hat mit Holdemite und die ganze Zeit diesem, ich bin der König. Und das hier ist mein Hofmarschall und so, also, ich fand, und im Hintergrund auch dieses, dieses Schloss, das hatte ja schon irgendwie so ein cooles Feeling, fand ich. Und diese Kleidung von dem Hofmarschall. Ja, die war auch verdammt lustig. Also, es war schon ziemlich geil. Ja, Ezekiel halt das Typische, hat so ein bisschen erklärt, was hier so abgeht. Und, ähm, ich war auch ziemlich beeindruckt eigentlich von Shiva, wie die so mit CGI dargestellt wurde. Ich fand, es sah jetzt nicht schlecht aus. Ähm. Es war ganz gut. Also, es sah auch nicht unnatürlich aus. Man hat aber gesehen, dass es, äh, CGI war. Das kann man aber auch nicht, äh, wirklich. Also, das Budget ist auch richtig hoch. Das kann man dir noch nicht schlecht nehmen. Eben, man kann dir das ja nicht schlecht nehmen. Millionenbudget für die Folge, das, ja. Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie sich irgendwie mit so einem echten Tiger am Set irgendwie ja so sicher gefühlt hätten. Weiß ich nicht, also, ähm, ja, das ist immer so eine Sache mit echten Tieren am Set. Und dafür können wir, davon können wir auch noch kurz, mal kurz abschweifen und über Game of Thrones ganz kurz nochmal reden. Und zwar damals in Episode 9, Battle of Bastards, da hatten die auch ziemlich viele Pferde. Und ich finde bei so, wenn so viele Pferde am Set sind, ist das auch dementsprechend schwierig, wenn man dann so aufnimmt, dass dann auch wirklich alles klappt geht. Also, das finde ich, ist auch immer so, äh, das Risiko, wenn man mit richtigen Tieren arbeitet und mit so CGI, wie die Drachen in Game of Thrones, muss man halt alles animieren. Ich meine, geht alles. Das heißt, Game of Thrones, die Drachen sehen klasse aus. Die Schattenmölfe wurden bis zu Staffel 2, glaube ich, noch mit echten Runden der Rasse Tamaskan dargestellt. Ja. Ähm, also sieht man schon, genau, äh, machen wir weiter. Man sieht schon, also mit Tieren zu arbeiten ist schon, äh, bringt schon ein Risiko mit sich, ob alles gut geht. Und, ja, ähm, ich finde, man hat aber auch gemerkt, dass Carol so ein bisschen verwirrt noch ist, oder? Also, die macht irgendwie so ein... Die hat irgendwie Schiss, dass alles nochmal so passiert, wie, äh, ja, wie in Woodbury, glaube ich, oder? Ja, ja, oder die hat halt einfach Schiss wegen allem. Und die war eh, von Anfang an, kam mir wirklich so vor, als könnte sie nicht in einer Gruppe arbeiten. Sie ist immer weggerannt, sie kann gut auf sich allein aufpassen, das haben wir auch wirklich gemerkt. Aber, ja, ich finde Carol nicht schlecht, ähm, sie ist eine coole Charakterin, aber, ja, ich denke mal, ohne, wenn, wenn sie nicht dabei wäre, könnte ich auch gut damit leben. Also, mir ist es gleich, andere Leute finden Carol richtig geil, die ist das Cookie-Monster, aber okay. Ja. Ähm, während Carol sich, äh, ja, erholt, sind morgen Ezekiel und ein paar von den Kämpfern von, äh, dem Kingdom rausgefahren und haben Schweine geholt. Und, und da hat sich mir das erste Mal, es wurden ja auch im Trailer Schweine gezeigt, da hat sich mir direkt die Frage gestellt, holen die jetzt Schweine fürs Kingdom oder was machen die mit den Schweinen? Denn, die füttern die Schweine ja mit Beißern, mit vermodertem Fleisch von den Beißern. Mhm. Und, ähm, ja, später hat sich herausgestellt, diese Schweine gehen an die Saviars. Auch da haben die Saviars ihre Hand im Spiel, also die haben, die regieren also sozusagen die ganze Ostküste oder... Genau, das ganze Territorium da, ähm, ja, so ist natürlich mal die Ostküste eigentlich, das ist ja eigentlich Landes... Ja, hier um Atlanta, Atlanta ist das ja, Georgia ist das, ist der Staat, ich glaube. Ja, Georgia, okay. Ja, oder auch ein bisschen da drum, weiß ich nicht, also schon im großen Bereich, denn ich hab ja schon angesprochen, Hilltop, äh, Alexandria und, äh, hier das Kingdom sind ja jetzt schon unter der Kontrolle von den Saviars, wir wissen nicht. Ja, wir wissen jetzt nicht, ob's noch mehr sind, aber es könnten natürlich noch mehr sein. Und das ist ja schon relativ krass, dass Negan da so viel Einfluss hat und wir haben auch schon wieder gesehen, ich fand, dieser Typ, also der da nachher die Schweine eingesammelt hat, dieser Typ von den Saviars, der Leader sozusagen von diesem Trupp, der fand ich war eigentlich noch ganz nett, also ganz okay. Man hat wieder gemerkt, das ist zwar wieder so ein, äh, so richtiges Arschloch, weil er so penibel ist und nach allem Nachzeit, aber ich fand, er war jetzt nett, er hat jetzt nicht irgendwie so viel Unruhe gestiftet, nicht so wie dieses andere Arschloch da, dass er den Arm Richard geschlagen hat, das fand ich dann irgendwie schon richtig, äh, behindert von dem, dass er dann schon wieder so viel Stress gibt. Ich kann das, äh, definitiv verstehen, dass, äh, Richard so reagiert, denn ich mein, wer lässt sich schon gern mit Arschloch anreden und wenn er dieses kleine Saviarkind mit dem Zottelhaar, den er natürlich dementsprechend vermöbelt, zeigt das mal wieder, dass der, äh, ja, nicht so viel Ahnung hat, beziehungsweise, dass der sich halt mega leicht unterdrücken lässt und dass es einfach ein kleiner Pisser ist, der wahrscheinlich innerhalb der nächsten Episode auch dementsprechend stirbt. Finde ich zumindest cool, also, ich weiß ja nicht, wie du zu dieser Szene standest, ob du das gut fandest, oder? Ja. Ja, halt, ist halt einfach scheiße gewesen, denn ich fand Richard ist jetzt auch eigentlich cool. Ich hab den jetzt auch in der Episode natürlich erst kennengelernt, aber ich fand, der macht schon so vom Charakter her einen guten Eindruck. Ja. Ähm, dann leicht gegen Ende der Episode hin, haben wir dann schon, äh, nochmal so einen kleinen Dialog zwischen, äh, Ezekiel und Carol gesehen und, äh, ja, Ezekiel hat natürlich, äh, bemerkt, dass Carol sich Sachen geschnappt hat und abhauen will und, jetzt weiß ich nicht, wenn man das mit dem Ende, womit die Episode aufgehört hat, wenn man das damit verbindet, denkst du, Ezekiel möchte Carol da behalten? Ich denk schon. Denn, wir können jetzt auch direkt das Ende aufklären, am Ende, also, wir wissen ja alles, was am Ende passiert, Ezekiel steht dann vor so einem Haus, Carol ist da gegangen mit morgen und Carol ist dann allein unterwegs und dann stand, äh, Ezekiel mit Shiva plötzlich vor so einem Haus und, äh, bietet ihr nochmal Kralatäpfel an. Deswegen, jetzt stellt sich mir die Frage, ist das wirklich so gewollt, dass Ezekiel Carol behalten will oder, ich kann, ich weiß das jetzt nicht so genau, ob der Carol halt im Kingdom aufnehmen möchte oder so, denn, ich denk mal nicht, dass er will, dass Carol alleine da draußen rumläuft, deswegen, ich weiß es nicht. Ich verstehe das auch nicht so wirklich fürs Ende, aber ich denk auch, der will die da behalten, nehm ich an. Ja, hat man dann gemerkt, also, und vor allen Dingen bin ich jetzt mal gespannt, wie es vor allen Dingen in Episode 3 weitergeht, da können wir jetzt ja auch nochmal ganz kurz drüber spekulieren, was, äh, was du denkst, was in Episode 3 weiter ist. Denkst du, es wird dort angeknüpft und wir sehen nochmal das Kingdom, beziehungsweise wie es in dieser, in diesem, ist ja wieder so ein Cliffhanger gewesen, so ein kleiner, wie es mit diesem Art kleinen Cliffhanger weitergeht oder denkst du, wir sehen diesmal wieder Alexandria, wie Rick und so wieder da zurückkommen und so und das alles erklären, also aufklären, was da alles so passiert ist und was jetzt da, die neue Weltordnung ist, laut Negan, oder denkst du, dass sie sogar Hilltop sehen, denn Maggie ist ja, glaube ich, auf dem Weg nach Hilltop gewesen, deswegen, wir haben jetzt drei mögliche Handlungsorte, es kann natürlich auch sein, dass wir so ein, äh, ja, Switch machen zwischen den Handlungsorten, zum Beispiel Alexandria und Hilltop oder Hilltop und das Kingdom und so. Was denkst du, erwartet uns in der nächsten Episode? Wir haben doch schon in der Preview gesehen, dass Alexandria auf jeden Fall wieder vorkommt und, äh, ja, also ich weiß nicht, ich hab die Preview nicht genau beobachtet, aber... Ich auch nicht, die muss ich mir nachher auch nochmal angucken für unsere Preview. Auf jeden Fall kam Alexandria vor, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da auch das Kingdom vorkam, aber auf jeden Fall Alexandria. Ja, ähm, deswegen kann ich jetzt schon mal so ein bisschen andeuten, ich vermute ganz einfach mal, dass Negan in Alexandria seinen ersten Besuch abschaltet, also dass er da das erste Mal vorbeikommt und da irgendwas mitnimmt, beziehungsweise sich Alexandria auch anschaut. Ähm, man hat ja diese eine Szene auch gesehen, wo sich da alle hingekniet haben, oder weißt du, was auch vielleicht cool wäre? Wir haben jetzt ja noch nicht über Negans Zuflucht wirklich, äh, jetzt gerade in unserer Besprechung geredet, über das Sanctuary. Ja, die sieht man nächste Folge auch. Ja, also in der dritten Episode sehen wir da Sanctuary, da wo Negan seine Zuflucht hat, ähm, wo Daryl dann auch wahrscheinlich als Sklave irgendwie da arbeiten muss oder so, und, ähm, also Sanctuary und, ähm, hier von Rick, ähm, in Alexandria, wo Negan dann kommt und seine erste Lieferung sozusagen in Empfang nimmt, kann man ja wirklich schon so sagen. Also, ich freue mich schon auf nächste Woche, die Folge nächste Woche wird bestimmt wieder cool. Sie wird jetzt, denke ich mal, nicht wirklich spannend, oder wir sehen nicht viele Schießereien oder irgendwie Zombie-Gemetzel, sondern ich denke wieder, wie du schon vorhin angesprochen hast, so Storytelling, ähm, wieder informative Hintergründe zu Alexandria und zum Sanctuary vor allen Dingen. Ich bin echt gespannt, wie das da aussieht und wie das da vor allen Dingen abgeht, denn zu dieser Zuflucht der Saviars hat man bis jetzt noch nichts gesehen. Denn dieser komische Satelliten, ähm, Stützpunkt war ja nur so ein, ja, Außenposten, glaube ich, von denen, oder? Oder was war das? Ja, ich denke schon. Ja, deswegen, das war ja nicht, äh, das Main-Lager von denen, sondern, wie gesagt, nur so ein Stützpunkt und wenn das schon so groß ist, äh, ja, da stellt sich natürlich mir die Frage, wie groß wirklich dieses Sanctuary von Negan ist. Ich frage mich auch, ob die nächste Folge aufgeklärt wird, wie groß die Saviars eigentlich sind, weil es sind ja schon, keine Ahnung, über 100 Mitglieder gestorben, weil die ja auch kurze Zeit Krieg gegen die geführt haben, also Riggs-Gruppe da. Mhm. Äh, ich denke mal, da wird auch irgendwas dazu gesagt, weil, ich denke mal, Negan wird da Daryl auch ein bisschen, äh, in, rumführen, einweisen, wie auch immer. Man kennt ja Negan so wie der, ich denke mal, der wird das auch so erklären. Genau. Ähm, und dann, äh, frage ich mich auch, wir haben auch in dem Trailer so eine Szene gesehen, wo Negan mit seinem Truck und so anderen, äh, so ein anderes Auto verfolgt. Ich frage mich, ob wir das vielleicht nächste Folge auch schon sehen, oder ob das auch eher was für die nächsten Episoden schon ist. Das sah mir wie so eine Art Verfolgungsjagd eigentlich aus. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wer dieser Fahrer oder diese Fahrerin ist, ähm, da können wir uns gewiss überraschen lassen und wir können uns nächste Folge, wie gesagt, auf Sanctuary und auf Alexandria, äh, Alexandria freuen. Gut, ähm, die Preview zu Episode 3 mit mehr Informationen. Wir werden uns dazu nachher nochmal was, äh, ja, durchlesen, beziehungsweise wir werden im Verlauf der Woche gewiss nochmal Informationen zu bekommen, was wir in Episode 3 so alles wirklich vermuten, beziehungsweise zu sehen bekommen. Und dann kommt die Preview auch am Samstagabend wieder on und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, dazu Wort, kriegt Robin. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.